Er, oder sie, oder jemanden! Schwierigkeiten, das machen das nicht! Du bist besser als das! So, man hat es auch schon richtig fest abgegeben, aber hat man auch gesehen. Wir müssen zu Jonathan. Gehe zu Jonathan und verabschiede dich von ihm. Wird er sterben? Oder was ist los? Es ist Zeit, den Dorfwald erneut aufzusuchen. Er möchte dich gerne, ich möchte sich gerne bei dir persönlich bedanken, um deine Mühen und erkenntlich zu zeigen, du weißt ja, wo du ihn findest. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinen Reisen. Heißt das, dass wir jetzt dieses Dorf hier verlassen müssen? Ja, nehmen sie mal an. So, wir wissen ja alle, wo der Jack war. Äh, der Jack, sag ich so, der Jonathan. Fugschwunsch, Fugschwunsch. Nimmeltel! Die Woche das was gemacht hat. Sammel das nicht ein. So, Das bringt alles kohle. Fugschwunsch, Fugschwunsch. Alles leben lassen, nein, nein, nein. Umweltverschmutzung hier. Ha, 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 ha. Es ist nicht lustig, aber Umweltverschmutzung. die holt seine schlüssel sie weiß dass die gebraucht wenn man bruch und dann legt man halt schnell um mein freund ich sag servus es ist an der zeit nicht nur du hast wirklich viel für uns getan wir konnten uns wirklich glücklich schätzen dass du hier vorbeikommen bist nutze diese schriftrolle um in die stadt zu gelangen ich denke es ist alle zeit dass du die stadt rando erkunden solltest am besten gehst du zuerst zum wachhof die berge abwärts und folge über den fluss du wirst dran doch schon sehen können ich finde den wachhof zu mir ich werde dir sagen wie es weiter geht gute reise so 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 auch jetzt glaub ich könnten wir jetzt sogar ein bisschen cheaten hier wo ist denn die karte wo ist die karte ah die kriegen wir erst von den hallo 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 aber jetzt gehen wir wieder lassen sich das nicht abholen ach da ist noch so eine Hilfe was hat sich hier um wie ich hallo warte 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 allco kop s warte 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 ho habe sagten warte schhou rein ich bin die warte jetzt muss ich mal hier noch was machen wo sind die emojis kkk es 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 wir es wir Gehen rennen? Alles klar. So nochmal versuchen. Aktion Gehen rennen. Monster Combo? Was ist das? Dose x2 Dose x2 Kot, das klappt doch auch. Los mal mit dem. Also geht es nicht groß. Das muss man noch mal drauf. So, ich hatte zweimal meinen Geruch. Jubel! Ich höre ihn auf. Geil doch! Geil der Scheiß, ne? So. Und nun verlassen wir das Dorf. Wir kommen wieder. So viel kann ich euch schon mal sagen. Hey Usche, Anni, Händlerin, yo. Wir sehen uns noch. Oh, ich weiß aus, wo ich nicht renne. Wofür. Hab ich nicht auch einen Geschwindigkeitstrank? Boah, mal gucken. Geschwindigkeit, jawoll. Bisschen mehr. Jetzt probieren wir das mal aus. Ja, voll. Geht echt wie eine Schuchtel. Echt bisschen komisch hier. Jetzt rassen wir hier. Boah, wir rassen richtig. Wir haben ein bisschen nass gestritzt. Geschwindigkeitsrank, aha. Nass. Was hat man kommen? Was hat man kommen? Was ist ein menschliches los, ne? Die Geruchswölke kommt noch. Wenn ihr versteht, was ich mein. Nein. Nein. Einmal kurz noch wachsen. Stabler weg. So. So. Ey. Du schließt mir. Tschüss. So. Jetzt brauchen wir erstmal hier bisschen Geld. Aber wir werden jetzt erstmal noch was anderes machen. Wir werden jetzt erstmal hier die Sachen und die Beinung hier hochlegen. Hier ist er schon. Unser Wacher von dem PC. So. Abgeschlossen. Jetzt kriege ich hier meine Karte hier, meine Landkarte hier, hier, hier. Abgeschlossen. Erstmal hier Inventar. Juno Kota. Oh. F6 darf ich ja nicht nehmen. Jugo Pitar. So. Die Quest. Was hast du für mich? Leons Empfehlungen. Zwischenhändler. Ja. Alles klar. Ich bin ein bisschen faul. Talpilz. Zwischenhändler. Boah. Wie heißt der jetzt? Ah. Zwischenhändler. Shit. Ich hab nicht aufgepasst. Da ist er ja. Der Gerell. Der Gerell. Bewegen. Bin zu faul zum laufen. Du kannst dich jetzt für den Royal Rumble anmelden. Royal Rumble. Let's get ready to rumble. Und so ne. Aber. Wir sind mit unserem niedrigen Level. Jawoll ne. Eons Empfehlungen. Gerell. Hallöschen. Such's etwas an. Ah. Leon hat dich empfohlen. Das ist wunderbar. Sieh dich ruhig um. In aller Ruhe um. Vielleicht hab ich ja etwas Nützliches. Was dir Nützlich erscheint. Alles klar. Was hast du denn alles, Junge? Junge, was hast du? Alter, bist du teuer? Alter, alles klar. Alter, ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Du hast echt was. Aber. Verkaufen. Kann ich bitte auch. So ne. Dann kriegst du erstmal das hier. Das hier. Und das hier. Das hier. Ich krieg's nicht. Dann hab ich davor 6. Dann kriegst du auch mal. Dann kriegst du auch mal. Das hier. Das hier. Und das hier. Das hier. Und das hier. Aber kriegst du alles von mir, Junge. Das hier. Dann kriegst du alles was ich und bin. Und er braucht auch Hilfe, was braucht er Hilfe? Geroid Hilfe, drücke Kremler anruhe, drücke in, zum Kremler anruhe, der ist ja gerade um die Ecke. Geroid Hilfe, drücke in, zum Kremler anruhe, drücke in, zum Kremler anruhe, drücke in, zum Kremler anruhe. Zur Lorelei sollen wir gehen. Dann gehen wir zur Lorelei. Dann gehen wir jetzt noch zur Lorelei. Da laufen wir hin. Und, ja, gehören wir mit einem Pfosten rein. Ein Pfosten zu Pfosten, ne? Aber schon der Pfosten gegen Pfosten. Da ist er, die Lore. Was hast du noch für Quests? Die junge Held sucht halt der Hase. Ja, öffne das Lehrlingsding. Alles klar. Akzeptieren. Aktualisieren. Da haben wir mal irgendjemanden. Irgendwo. Eislehrling eintragen. Jetzt warten wir mal auf den Anruf. Weil normalerweise heißt das sich schon jedes Mal immer benimmt. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber hoffentlich nicht. Und dann schauen wir das mal. Ich muss das mal hinwenden. So, das muss man hier warten, ne? Ach, nicht. EINE, später auch. Einen? Ja, 83, 4. Ich muss warten, bis ich einer von denen die Lünne habe, äh, der meiste Anführungszeichen neulettet. Dabei werde ich die Lünne nehmen, aber, nö. Ich gehe jetzt zum Waffenhändler, schau mal was, hey Waffenhändler, was hast du für das Waffenhändler, das ist ja teuer das Schwert, kauf mal, warte mal, ich brauche mal zwei Schwert. Holy moly, Tsitsis, wir laufen mit zwei Schwerten vom Alter. Nein, zwei Bastardschwerden da. Ohlymoly Der geht ab, alter Jetzt wird die Metzl gleich Jetzt gehts ab, wir kaufen Was hat der für Rüstungen? Für uns Wir haben noch ein Schild Und Handschuhe des Templars Genau die Schild Und Handschuhe des Templars Was hab ich hier? Was hab ich hier? Frankenschild Ich hab jetzt den Zergeräte Blanzelot, Zerlanzelot Brachenschild Das habe ich gefunden Bei meinem anderen Charakter habe ich das random gefunden So viel Mit der Schild Let's wieder erst Make her rusted Hier So Hier ist schöner Der neue Handruhe So Jetzt weiter geht Wir sind dann in der nächsten Folge Dann